W-w-w-warten Sie! Sie können mich doch hier nicht so einfach einsperren! Ich bin ein Ehrenmann! Drake, unternimm doch was! Was soll ich denn bitte tun? Man könnte es Ihnen sagen, dass wir unschuldig sind! Sie glauben uns doch sowieso nicht! Aber ich gehöre nicht ins Gefängnis! Der Knast ist etwas für Gammler und Vollidioten! Ihr seid die Ausnahme, Jungs! Ich bin sicher, ihr seid wunderbare Menschen! Vielleicht können wir später noch ein wenig zusammen! Lasst mich sofort hier raus! Ich habe heute noch Klavierstunden! Hör zu!